Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Viola-Podcasts, dem Audioformat des FK Austria Wien. In unserer aktuellen Staffel anlässlich des 112. Geburtstags unserer Austria wollen wir diesmal Menschen einladen, die einen Fußballverein wie Austria Wien ausmachen. Menschen, die in einer besonderen Art und Weise mit dem Verein verbunden sind. Mitglieder und Fans. Sie vertreten zumeist ihr ganzes Leben lang, tagtäglich und mit voller Leidenschaft unsere Farben und Werte, tragen Emotionen, Stadion und sorgen damit gemeinsam für dieses unverwechselbare Erlebnis, das wir alle so lieben. Ohne sie wäre es nicht dasselbe. Hört hier die einzelnen Geschichten von Fans und Mitgliedern, die zusammengesetzt einen Teil der Geschichte unserer Austria erzählen. Was zählt, ist die Liebe zu unserem Verein. Das sind ihre Geschichten. Unser folgender Gesprächspartner ist eine wahre Legende in Violet. Sir Thomas Paritz kam als 17-Jähriger aus dem Burgenland zu Austria und sollte in weiterer Folge auf den verschiedensten Positionen überaus erfolgreich hier agieren. Insgesamt absolvierte er 363 Spiele in Violet und erzielte 145 Tore. Als Spieler stand Tommy Paritz mit Austria-Win im Finale des Europacups der Pokalsieger 1978, führte in Spanien die Ausländer-Bestenliste vor Johann Kreuf, Günther Netzer und Paul Breitner an. Später machte er als Trainer die Austria mit neun Punkten Vorsprung zum Meister. Als General Manager und Sportvorstand führte er die Austria 2013 zum letzten Meistertitel und zeichnet sich federführend für den Bau unseres neuen Stadions. Hier ist seine Geschichte mit seiner Austria. Ihre Karriere Revue passieren zu lassen, ist ja fast eine Biografie. Man muss so viel, Sie waren so lange mit der Austria verbunden. Jetzt ist meine Frage, was ist Ihre erste Erinnerung an die Austria? Naja, das hat 1964 begonnen, bis sich die Austria um mich interessiert hat. Und es war natürlich damals, die Austria war damals eine Spitzenmannschaft in Österreich und ich war damals siebzehneinhalb Jahre und habe das Angebot von der Austria bekommen und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass sich die Austria für mich interessiert. Und das war der erste Schritt, den ich gemacht habe und habe dann eigentlich schon im ersten Jahr einige Male in der ersten Mannschaft gespielt. Also es war ein sehr guter Schritt von mir und auf der anderen Seite muss ich sagen, man hat mir die Chance gegeben. In dieser Zeit haben wir viele verletzte Spieler gehabt und es ist ein junger Spieler. Robert, Sarah und ich, wir haben damals die Chance bekommen, in der ersten Mannschaft zu spielen und das war eigentlich mein Einstieg bei der Wiener Austria. Erinnern Sie sich, ob Sie sich davor schon irgendwann, also es gab ja kein TV, schätze ich mal, haben Sie nicht zu Hause gehabt? Haben Sie über die Austria im Radio gehört oder war das aus den Zeitungen? Woher wusste man, dass die Wiener Austria, dass das ein großer und wichtiger Verein ist? Immer, immer im Radio. Die Übertragungen waren eine Pflicht, Pflichttermin für mich, die Europacup-Spiele, nicht? Und damals hat ja die Austria in den Europacup gespielt, das einzige Mannschaft von Österreich und ich bin vor dem Radio gesessen und natürlich war dann sehr stolz, wie die Austria zu mir gekommen ist. Das heißt, kann man sagen, dass Sie auch, bevor die Austrianin das Angebot gemacht hat, ein Austria-Fan waren oder Sympathisant? Ja, ich war schon so Sympathisant, aber ich habe damals ein Angebot vom Wiener Sportklub gehabt, weil damals ein Spiel aus Siegendorf dort gespielt hat und das hat sich dann so ergeben, dass ich Gespräche mit Sportklub geführt habe. Nur der Sportklub wollte mich damals schon verpflichten und in Siegendorf parken. Und ich habe gesagt, ich will dann meinen Beruf zu Ende lernen. Ich habe Schlosser gelernt und dann würde ich den Schritt machen. Und in der Zwischenzeit ist dann die Austria gekommen, aber in dieser Zeit hat der Sportklub international gespielt. Die Austria hat international gespielt und ja, das Interesse war da und ich habe mich dann für die Austria entschieden. Wie war das das erste Mal, das Violette Dress anzuziehen? Ja, das war natürlich, das kann man sich ja nicht vorstellen. Wenn man so als junger Spieler, wenn der Trainer sagt, du fängst in der Mannschaft an, also bei diesen Spielen, aber wie ich schon vorher gesagt habe, es war mein Glück, dass wir damals sehr viele verletzte Spieler gehabt haben und wenn du dann mit einem Nehmitz, mit einem Butzek, mit einem Vieler reinkommst, als junger Spieler aus Siegendorf, ist das natürlich ein Wahnsinn. Viele Leute in Siegendorf haben gesagt, was will der 17-Jährige bei der Austria, der wird das nie schaffen. Und das war halt ein Sprung, den ich wirklich dann geschafft habe und wo es mir gelungen ist, wirklich Stammspieler bei der Austria zu werden. Würden Sie jetzt sagen, dass Sie Austria-Fans sind? Natürlich, ich meine, es gibt ja keine andere Mannschaft für mich. Ich habe bei vielen Mannschaften gespielt im Ausland, die verfolge ich noch immer, aber ich habe hier über 20 Jahre verbracht. Und man darf eines nicht vergessen, ich bin hier als Spielermeister geworden, als Trainermeister und als Sportvorstand. Ich meine, der Gerhard Kaltenberg hat gesagt, er hat recherchiert, das ist nur im Beckenbau gelungen. Und ich meine, das ist mein Klub, da braucht man nicht diskutieren. Also ich bin voll violettes Blut in den anderen. Was bedeutet die Austria für Sie? Ja, alles, ich verfolge es und ich wünsche der Austria wirklich alles Gute. Jedes Spiel wird von mir angeschaut und ich bin noch immer mit Begeisterung dabei, verfolge den Klub und bin sehr stolz, was hier in den letzten Jahren passiert ist. Man darf nicht vergessen, nicht nur die sportlichen Erfolge. Die Infrastruktur ist hier stark verbessert worden. Wir haben eine Akademie gebaut, ein neues Stadion gebaut. Das ist in meiner Zeit noch in Auftrag gegeben worden. Also auf das kann man stolz sein. Die Austria ist ein Klub, den kann man herzeigen. Nicht nur vom Trainingszentrum, von der Akademie und vom Stadion her optimal. Wir können nicht mit den ganz großen Klubs mithalten, aber die Infrastruktur bei der Austria passt. Wenn Sie die Austria beschreiben müssten, was sind die Werte, die der Verein hat oder haben sollte und nach außen tragt? Naja, die Austria, das sind immer die spielerischen Elemente. Die Austria hat immer den spielerischen Stil bevorzugt, den technischen Fußball und hat wirklich in der Zeit, wo wir in den 70er Jahren, wo wir als erste österreichische Mannschaft in ein Finale, in ein europäisches Finale gekommen sind. Man darf diese, wenn man zurückdenkt, das sind Leistungen, die hat damals auch kein Klub geschafft in Österreich. Und wir waren im Finale in Paris und haben das nächste Jahr im Cup der Landesmeister, sind wir unter den letzten vier gekommen. Das sind Erfolge. Wir haben ja damals, weiß ich nicht, drei, vier Jahre, die Meisterschaft dominiert. Herbert Prohaska hat ja in einem Interview oder immer wieder betont, dass im Finale gegen Anderlecht in Paris 1978 man auf die konterstärkste Mannschaft getroffen ist und man eigentlich immer nur offensiv spielen konnte. Das stimmt, ja. Wir haben geglaubt, wir spielen in der Meisterschaft, aber man muss fairerweise sagen, dass Anderlecht damals um eine Klasse stärker war als wir. Aber wir haben so gespielt wie in der nationalen Meisterschaft. Und dann haben wir die Rechnung präsentiert bekommen. Wir waren schon in der ersten Halbzeit 3-0 hinten. Wir haben offensiv gespielt. Wir haben meiner Meinung nach den Gegner unterschätzt. Aber das war unser Stil. Nur damals im Finale hätten wir anders spielen müssen. Denn, ich meine, wir haben diese Mannschaft einfach unterschätzt. Wir sind ja sehr weit gekommen. Wir haben ja gegen Spitzenmannschaften gewonnen. Wir haben damals gegen Heidug Spliet, das war ja die stärkste Mannschaft in Kroatien und in Jugoslawien damals. Und man muss sagen, wir haben diese Mannschaft rausgeworfen aus dem Bewerb. Und wir waren halt überzeugt von uns, aber das war ein großer Fehler, den wir gemacht haben in Paris. Und das Spiel davor in Wien im Elfmeterschießen gegen Dynamo Moskau? Ja, das war ein Erlebnis. Wir haben ja dort 1-0 geführt bis 10 Minuten vor Schluss. Dann haben wir die zwei Tore bekommen. Dann haben wir gesagt, im Rückspiel kann uns das nicht mehr passieren. Dann haben wir 2-0 geführt und haben in der letzten Minute das 2-1 bekommen. Wie fühlt man sich da? Na ja, wie fühlt man sich da? Das möchte ich nicht sagen, wenn man sich da fühlt. Aber wir waren natürlich wahnsinnig enttäuscht, weil wir das gewusst haben. Wir haben gesagt, was wir dann versuchen werden. Wir werden schauen, dass der Masseur reinrennt. Das bleibt ein Spielerlich. Und dann haben wir in der letzten Minute das Tor bekommen. Und dann die 120 Minuten mit über 70.000 Zuschauern. Das war ein Erlebnis. Das Elfmeterschießen, wir waren platt nach diesen 120. Nicht nur wir, sondern auch unser Gegner. Aber es war natürlich ein Erlebnis, das kann man nie vergessen. Und das hat ja dann nachhaltige Wirkungen gehabt. Denn es waren ja fast 30.000 Zuschauer, die sind nach Paris mit uns mitgefahren. Also das waren Erlebnisse, das waren Höhepunkte in meiner Karriere. Aber ich meine, ich habe hier wirklich so eine schöne Zeit verbracht und bin froh, dass ich das Glück noch einmal, das ich bekommen habe, überhaupt bei diesem Klub zum Arbeiten. Und dann war natürlich für mich, ich war ja dann drei Jahre in Spanien, nach meinem deutschen Aufenthalt, der Transfer ist ja wirklich zustande gekommen nach Köln. Und ich war dann drei Jahre in Frankfurt und habe wirklich dort auch eine erfolgreiche Zeit gehabt. Wir waren in Köln und dann den letzten vier in Europa gehabt. Wir waren, wir waren, ich war vier Jahre in Deutschland und war dreimal im Pokalfinale. Und dann habe ich das Glück gehabt, nach Spanien zu gehen. Und zu dieser Zeit war es ja so, England war zu, Italien war auch zu. Es war ja, es war ja, man konnten ja nur zwei ausländische Spiele spielen. Und ich habe das Angebot dann in Spanien bekommen, habe dort super drei Jahre verbracht. Und dann hat mich die Austria, dann hat Peter Lopa angerufen, er möchte mich zurückholen. Und in Spanien war das so, wenn ein ausländischer Spieler in Spanien gespielt hatte und der Vertrag war zu Ende, dann hat er die Möglichkeit gehabt, nur ins Ausland zu gehen. In Spanien war es unmöglich zu wechseln. Ich konnte nicht von Granada nach Sevilla wechseln. Ich konnte nur wieder zurückgehen. Und ich habe damals die kostenlose Freigabe gehabt und dann hat mich der Lopa angerufen. Der Norbert, ja, die Austria hat ein Interesse, ob ich nicht wieder zurückkommen kann. Wir haben sogar ein Freundschaftsspiel gegen Austria gehabt, in Granada. Das haben wir zwei ausgemacht damals. Und nein, es war wieder, und dann zurückkommen und dann solche zwei Jahre leben, von 77 bis 79, das war natürlich, das war ein Highlight. Ich meine, wir waren international gut drauf. Wir haben die Meisterschaft beherrscht, das war meine schönsten zwei Jahre im Fußball, die ich geredet habe. Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt hier nach Wien Favoriten ins Stadion kommen und dieses Stadion sehen? Weil ich kann mir vorstellen, wie Sie angefangen haben, war das nicht einmal zu vergleichen. Ja, das kann ich Ihnen ganz sicher sagen, wie ich hergekommen bin. Da waren nur die Holzplanken hier. Es war keine Osttribüne, das war ein Wahnsinn. Und ich habe damals mit Markus Kretschmer gesagt, Markus, hier, wenn ich einen Spieler verpflichten will, und ich hole ihn hierher, der wird mir, der glaubt, das ist der Trainingsplatz. Und wir haben dann angefangen, wirklich, wir haben Gedanken gemacht, wir müssen das Stadion herrichten. Und ich habe damals ihm Markus gesagt, Markus, geh ins Rathaus. Und er hat gesagt, nein, das wird nicht gehen. Dann habe ich ihn wirklich, wirklich, wirklich überzeugt, probiere es. Dann ist er hingegangen und gesagt, ja, wir bekommen die Osttribüne. Und wir wollten eine Infrastruktur. Für mich war ja das, wenn man sich jetzt überlegt, die Stadien, die ich von Deutschland und von Spanien gekannt habe. Jetzt kommst du hier auf den Hortplatz. Das ist ein Wahnsinn. Und das war für mich primär diese Aufgabe, hier wirklich ein neues Stadion herzustellen. Und das war der ganze Gedanke, die ganze Zeit. Wir müssen das verändern. Wir brauchen eine Infrastruktur, denn wenn ich Spieler herholen will, muss ich ihnen was zeigen. Und das war der Beginn mit einem eigenen Museum, mit einem eigenen Job. Das war die Entwicklung. Und dann, wie wir beschlossen haben, den Auftrag vergeben haben für das neue Stadion. Und wenn ich jetzt zurückkomme, helle Freude. Ich kann Ihnen wahrscheinlich im Namen aller Austria-Fans nur aufs Herzlichste dafür danken, dass Sie uns dieses Stadion hier hergestellt haben und dass es möglich ist, hier so einen Flair wie jetzt erleben zu können. Schön von Ihnen, aber wir haben ein sehr gutes Team gehabt. Wissen Sie, wir haben diese Folge gehabt, nur in Teamarbeit. Ich kann mich erinnern, ich habe meine Ansprache gehalten bei der Weihnachtsfeier am Beginn und habe gesagt, wenn wir als Team gut zusammenarbeiten, können wir Meister werden und in die Champions League kommen. Ich habe in die Gesichter der Angestellten geschaut, die haben gesagt, ja, was der für ein Blödsinn redet. Aber ich war überzeugt, das waren meine Ziele. Ich kann mich erinnern, meine erste Pressekonferenz, als mich der Frank Stronach verpflichtet hat, hat man mich gefragt, was meine Ziele sind. Da habe ich gesagt, ich möchte Titel holen. Hat ein Journalist gesagt, ihr seid Drittletzter. Sage ich aber, wir sind noch im Pokal dabei und wir sind dann wirklich in dem Jahr Pokalsieger geworden. Ja, das sind die Geschichten, die die Geschichte schreibt. Tomi Baritz, ich bin mir sicher, wir könnten hier noch stundenlang reden. Ich danke Ihnen aufs Herzlichste dafür, dass Sie hier Zeit gefunden haben, über unsere Ausdauer mit mir zu reden. Danke Ihnen auch, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020